also für die leute jetzt bitte auf youtube gucken wir haben jetzt im live stream ein live unboxing ich will mal gucken ob ich das sollte vielleicht die adresse nicht in die kamera halten krieg ich aber so auf oder? ja das krieg ich so auf also wenn ihr die loot schätzt ist wieder da guckt mich nicht so an bitte guckt weg wie gesagt ich schneide das für youtube mal gucken wie ich das schneide deswegen nicht wundern ich weiß zwar wieder was drin ist weil basti erst gestern auf der arbeit vergessen hat ja ich weiß zum teil weiß ich was nein geht auch so es geht angst sie so für die leute wie gesagt später zu gucken die kamera wackelt wieder habe ich gerade gesehen was ich scheiße aus auf jeden fall wie gesagt es ist im live stream deswegen nicht wundern ich weiß sowieso nicht mehr so viel zu gucken ist das nicht schlimm okay das titert nämlich als letztes und das erste ist so eine kleine spiderman tasche und zwar ist das so eine wie nennt man das mit sowas hier so eine kalthalte tasche wo man so kleine dosen oder so weiter ist so tasche genau diese tasche von spiderman der superman marika so wenn man lesen kann also wenn wir nicht mal unterwegs sind können wir unsere getränke kalt hatten wir wahrscheinlich sowieso nie benutzen aber was ist das denn ach so ich glaube das ist ein poster ich mache also ich mache jetzt mal das poster nicht auf dann ein harry potter ich packe das mal aus da kann man reingucken ok mit zum klärpflosch los und das mache ich dann wenn ich das video schneide also wie gesagt es ist live deswegen nicht wundern wenn basti dazwischen quatscht ok ich muss sagen es sieht so typisch nach so männer braucht man hier aus mal gucken ob ich das verwende ich habe alles von fallout mal gucken ob ich das und da kommt natürlich noch das t-shirt holt die zwei sachen auch schon mal darauf kann ich den karton auf den boden werfen und zwar auch das von super mario sieht man das ja das sieht man groß ist so wenn es das ist meins das wird nicht reinpassen und natürlich die süßigkeit das ist so ich glaube das ist so ein lakritz ball magst du lakritz ich auch nicht okay basti ist es so mal gucken das ist ja wieder dieses typische heft dabei ach so das poster ist von star wars also ich bin jetzt kein star wars fan aber ist das da was ich glaube ja da kann man das sehen also ich pack das jetzt mal nicht aus vielleicht verschenke ich das oder so okay also ich hatte das nächste mal keine figur bei ist aber muss sagen das t-shirt finde ich wirklich cool und das braucht man nicht brauche sowieso ein neues mal gucken vielleicht nehme ich doch sogar weil das ist schön klein ich hab nämlich so ein riesiges mal schauen mal schauen ja und das mausfeld ist auch cool es ist größer als meins vielleicht haus sich das doch aus mal gucken auf jeden fall würde ich sagen dankeschön dass ihr wieder dabei wart ich verabschiede mich vom stream und dann von der aufnahme und dann könnt ihr gerne wieder nächstes mal wieder reinschauen dann bis dann nochmal stop bitte ach dass Vielen Dank.